Hässchen! Hässchen? Ah so, ja. Wisst ihr, was man jetzt braucht? Moment, ich möchte erstmal hier... ... mein FDR drive operieren. Gott sei Dank hab ich das vorher gekauft. Hh, sie... Ja, jetzt hab ich... gar nicht... Paint Tool. Zum Outpost. Boss of Gold und Ten Titan. ach Titanium OMG Quests OMG Quests in die ETH hey zufälligerweise gibt das einem genau so viel braucht man dafür genau so viel wie man kommen als in die Quest für den Fondart meinst du? ja sogar der Pinguin hat ein Quest jetzt für mich noch nicht so und Titanium Armor weg doch der hat eine Quest für mich der will Titan Armor ok der ekel der andere der will zwei Diamanten wo? welcher anderer? der shop da unten rechts eh? shop hier unten rechts? ja der will zwei Diamanten von mir ok den habe ich noch nicht freigeschaltet warst du überhaupt schon am Schiff? eh? auf deinem Schiff? dein Schiff reparieren? ja war ich, habe ich gemacht mein Schiff ist jetzt voll funktionsdüchtig mein Antrieb liegt nur ein bisschen scheiße aus an dem Schiff irgendwie lass gucken also ich, ich sag so, mir gefällt es irgendwie nicht das passt nicht so zum Rest ja, ist halt ein Schornstein irgendwie, ne? ja, aber der zeigt nach hinten, meine Güte ja ja wie aktiviert man nochmal Blueprints? bei der Fluffelfie nicht mal anders ja also was waren Blueprints? äh, rechts klicken ja irgendwie ja doch nicht ach ne, Moment, ich muss man in der Hand haben und dann ja ne, links klicken, nicht rechts klicken hehe ok brauchst du mir in der Hand haben vorher ne, ja, ja so gut, mit welchem Schiff fliegen wir denn jetzt? in unbekannte Sternensysteme? oh ne oh ne obwohl, wir müssen erst einen Teleporter bei unserem Haus hinstellen dann können wir zu allen fliegen ne, da reicht der ein Teleporter ah ich hab doch gerade irgendwelche neuen Sachen zum Craften mir anzeigen also mir geholt, aber wieso seh ich ihn irgendwo? ah wieso macht man sich eigentlich die Mühe? hm? ah ne, da gut, aber ich denk mal, ich brauch meinen Teleporter nicht unbedingt, von daher andererseits, ich hab jetzt die Steine gekauft willst du ihn schon irgendwo platzieren, oder? ich wüsste nicht wo sagen sie mal aus vielleicht darum ging es jetzt gerade, Herr öff, ja könnte ich machen, ja kann man ja bestimmt wieder mitnehmen ne, kann man nicht ne, kann man nicht ne ok so, du kannst zu mir aufs Flip kommen ich bin grad da ich muss erstmal meine Waffen wegsortieren im Moment ich sag's nur wo ist meine Tür hin? wo ist meine Tür hin? meine Tür ist einfach weg hm oh oh wirst du ja noch damals, als man noch keine Türen brauchte hm du hast übrigens verdammt viel Leben ja wollte ich ja auch grad sagen hab ich? hab ich du Lacke so, wohin? äh keine Ahnung irgendwo hier? ja pfff, das Teil ist riesig das muss hier oben rein ok obwohl das würd ich hier sogar exakt reinpassen da unten aber halt dann wär irgendwie da so nur naja wo's praktisch ist ja, passt doch jo, wunderbar Bookmark name ähm ähm äh reaktivität nein ich nenn's jetzt Peter ich bin mich jetzt halb zu Peter ja äh oh, Gitarre hallo oh, Moment, Moment ich hol meine Flöte oh ja komm, dann spielen wir gemeinsam dann dann machen wir so einen richtig schönen Jam hier ah so Strawberry Jam guck mal meine Waffe ach aha wo hast du die? und dann Anna will auch sowas krieg's aber nicht das ist meine Leute was denn warum findet ihr immer so geile Sachen? ich bin ich bin immer noch der, der irgendwie am schlechtesten equipped ist von uns allen hehehe ist einfach so okay achso, du meinst das hier, Moment, Moment, Moment erst mal muss ich Markus noch die Waffe zeigen komm mal her bisschen quasi komm mal aufs Dach besser ah wo ist Markus? nirgends auf seinem Schiff ah nee, ich meinte nämlich eigentlich das hier na ich weiß kommst du her ich du nee nee bitte nee, du meinst, nee du meinst nicht mich, oder? du hast gar ein Schmetterling abgeschossen Monster stopp was tut meine Erbselkanone hier? nee, ich hab grad voll die geile Idee bekommen wir haben ja Öl, ne? ja Markus kommst du jetzt mal her nee, warte lass mich zu Ende reden nein du kannst auch reden, während du läufst wir haben ja Öl ja ja und ich hab gesehen, dass man in der Metalworking Station glaub ich, nee aber in aufm Amboss nee fuck, wo war das? alles irgendwo weiter äh kann man ne Refinery bauen? und praktisch Öl raffinerieren zu äh Flugzeug Ionen und so im guten Deutsch doch voll geil, oder? ja Apropos, krieg ich mein restliches Öl eigentlich wieder? nö 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 mit dir rede ich gar nicht ich weiß, ich sag gerne nö hab mal gemerkt es ist von nicht herzukommen nein böse nicht das Öl aufs Haus packen die Flecken kriegst du nie wieder raus ja ähm ich weiß nicht mehr, wie man das wegschmeißt kuh 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 das ist aber jetzt ein böses Schimpfwort, ne? das weißt du schon kommst jetzt endlich mal her du nervst langsam wer du 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 was was oh komm es reicht kein bock mehr du kriegst die Waffe nicht zu sehen oh ich komm ja schon zu spät weil die Refinery ist nicht das was ich meinte die macht bloß ohr zu pixeln was ja auch irgendwie praktisch ist aha ah ich hab's gesehen das war's nicht doch was denn? dein Schwert nicht das Schwert mein Schwert kennst du? das hier kennst du? ja das andere auch ja das andere ist so ein kleines Mini-Teil ja das hab ich das das ist doch mein Anfangsschwert ich hab's gesehen einmal die hier die hast du aber schon gesehen und die beste Waffe hehehe NEIN wie geil ne? oooh wie geil ich will auch sowas ihr macht ein Schaden pro Schuss das ist aber so ein MG ne das macht ihr wirklich Regenbogen oh man ey die war doch echt langweilig beim entwickeln ach was die war einfach kreativ so Simon soll ich die Band aufmachen oder lass du eine Band auf? die kannst gern du aufmachen Moment äh Markus geh mal ein bisschen beiseite wir banden jetzt hier rum der Band der Bandname ist X ich ich hätt Bänge ok aber weiter weg und zwar ohne Goldspitzhacke bitte hä 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 äh Markus okay dann eben mit ein Stück Fleisch Was nehmen wir denn Schönes? Markus Was denn? Da So, Bandname ist X Ich sollte vielleicht die Band erstmal beitreten, Moment Großes X oder Kleines X? Großes X Und welches und was spielst du? Irgendwas, irgendwas Rock, Joy to the World Hörst du mal kurz auf? Ja, hör mal auf Weil ich gerade erstmal irgendwie noch So, einfach nur X, das heißt, sind wir jetzt in der Band oder wie? Weiß ich nicht, wenn wir zusammen spielen, glaube ich, ja Dann eben dieses Joy to the World Rock Moment, Moment Da Okay, und So, mach mal losgehen, soll er? Ja, geht los Da gibt's echt viele Songs Ne? Welchen spielt ihr? Joy to the World Also Rock Nice Was, du hast auch ein Instrument? Ja, Ocarina Geil Zuerst du ganz im Unterwasser Kommt Ja, jetzt machen wir einen Trailer nach, oder was? Wir werden einfach mal versichert, ob ich den Weg laufe Oh, ich hab meine weggelegt Doof Jetzt noch mal kurz raus Wir werden kurz einen anderen Song spielen Ich kann nicht aufhören Okay, doch jetzt Jetzt ist die Frage Können wir auch Lieder spielen, die ihr nicht habt? Mir ist gerade eher aufgefallen, dass ich Das Songbook nicht mehr schließen kann Ja, jetzt schon Weil wir nicht mehr in der Werden spielen Ne, ich kann's nicht schließen Also ich kann's schließen Ne, ich krieg das nicht mehr zu Wie tust du da, Markus? Ich geh nicht mehr zu Ich hör's nicht Echt nicht? Ne Ja Ich wollte nicht mehr spielen Hör auf So Ah, jetzt hat's dich Was ist das? Eternal Shrine Maiden Was für ein Salat Ja, das kann ich nicht spielen Weil ich's nicht hier drauf hab Ja Ich kann nur spielen, was ich hier sehen kann Leider So, wie wär's? Moment Ich weiß nicht mehr was Angels, we have heard on high, genau Ja Ja Oh Gott Ne, ich muss hier Aufhören Ja, ganz dringend War echt für heute Also mit Songs spielen Hält Boing Boing Alter Meine Maustaste Ist Auf Ah Dieses ganze Spiel ist verbuggt Ah Safe and quit Meine linke Maustaste war einfach festgebuggt Ich hab immer weiter die linke Maustaste gedrückt Das ist mir gerade aufgefallen Ich hab gerade hier jetzt das halbe Haus aufgebaut Okay Na, aber ich konnte scheinbar mit dir Spitzhacken in der Hand hatte Boing 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 So, spielen wir Ein vernünftiges Lied mal vielleicht Ich mag diese Instrumente Ja Ihr könnt auch unten reingehen, da ist ein Eingang, ne? Ne Ja, aber ich bin gerade so leicht und bounce jetzt nicht mehr Das ist mein Eingang Das ist mein Eingang Das ist mein Eingang Was ist das? Das hört man über die Musik kaum, was du spielst Doch jetzt So, dann lass ich's sein Möchten wir vielleicht nochmal was erleben In einer vollkommen neuen Welt Was denn? Äh, in das Anderes Sonnensystem? Äh, in Markus ist müde, Markus will pennen Ja Markus müde, Markus schlafen Komm, wir spielen jetzt den Schlaflieg gemeinsam Nein, 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 bitte nicht Dann spiel ich den Schlaflieg alleine Schau, wir sind aus der Party raus Was? Ja, weil er gerade neu gestartet hat Ah, ja Aber das ist das Coolste Hier so Oh, fuck Soll ich ihn nicht schaffen Jetzt bin ich auch raus Nice In der Bus Ich denke, wenn man vor das Game wäre buggy Wie blöd das wäre Ja Dann lad mal wieder ein Markus Jaa 형 kuss. Waea heaa heaa. Chill mal ein bisschen. Ah den Sprung kann man machen. Wie geil. Ey. Bird. Geh weg hier. Hui. Das Gitarren-Skill! Das... Wanderlust-Battle auf Harfe, so. Es geht. Nö, Harfe kann ich nicht spielen, wie es scheint. Nie gelernt. Ach, nix gelernt oder? Das kann ich spielen, glaube ich. Ja. Wanderlust-Battle. Wanderlust-Battle. Ja, da gibt's verschiedene Wanderlusts. Ja, nimm das, was du dann im Instrument leust. Also, ich hab jetzt Rock-Organ genommen, weil ansonsten geht nichts mehr auf dem Klavier, was ich hier hab. Boah! Ich hab... Solo-Hard irgendwas genommen. Gitarre! Eigentlich Harfe. Ja. Was ist denn das andere als das Gitarrenstück? Die Harfe wollte ich ja eigentlich spielen, aber die kannte ich. Dein ist mir das viel zu laut. Okay, das wiederholt sich. So, neues Stück. Wanderlust-Blackwood. Wanderlust-Blackwood. Äh... Wanderlust-Blackwood. Äh... Pack dir jetzt weg. Die Solo. Solo-Harfe. Das wiederhole! Wir haben alle neue었던 Punkte gehört. Die Technikour superskостоNA! Das noch keine... Sau. Bist du da eigentlich irgendwas gerade? Was ich? Vegetar? Markus? Ne, aber ich hör nichts. Und ihr? Ich bin auf dem Schiff. Außer in Dentsch rumhüpfen. Ah, was ist das? Das ist ja zwar nur das Off-Piano. Also Blackwood. Ah, dann geh ich mit der Flöte dazu. Theoretisch. Hast du jetzt aufgehört, oder wie? Anscheinend. Kohle geht gar nicht mehr. Weil's Fuel. Ne. Man kann nur noch dieses Liquid Erichius Fuel nehmen. Ja. Liquid Erichium. Aber das ist ja schweineteuer, das Zeug. Ja, deswegen sollte wahrscheinlich nur einer jeweils fliegen. Ja, die kosten 500 Pixel für 20 Stück. Ja, und? Und? Und das 20 Stück machen 19 Fuel. Ja, und? What the fuck, ey. Och, Madame, um aufs nächste zu kommen. Geht doch nicht die Stimme dahin. Ja. Wish you a Merry Christmas. Willst du nicht weiterlegen, da? Ich nicht. Schön. Oh, wieder. Das ist ja... Ja, komm, hören wir auf. Ja. Fürs... Noch ne kurze Info. Fürs nächste Spawnsystem brauchen wir 95,4. Ja, okay, ne? Ich glaub, das kriegen wir jetzt nicht mal zusammen. Ich hab bloß noch 2000 Pixel. Ich hab 412, weil ich oft genug gestorben bin. Hm, ich hab 1700. Okay, könnte man... Könnten wir, ja. Das sind... Oh, das Feld ist gewachsen. Acht Stück sind 60... Ja, 160. Irgendwann zum. 160 Fuel. Was ist denn? Machen wir es noch kurz? Oder ist es wirklich schon so schlimm, dass es ein Müll ist? Ja, hören wir auf. Ja, hören wir auf. Oh, okay. Der Umwelt zuliebe. Ja. Der Umwelt zuliebe. Denk doch mal jemand an die Kinder und die Umwelt. Schädlingsbekämpfung. Der wurde mit elektrisiert. Aha. Nur das beste hochreine Gemüse. Vor allem witzigerweise... Ich seh grad so, wenn ich grad so übers Feld laufe, fühl ich mich grad so, als würde ich hier einfach... als wär ich irgendwie so ein Bloodborne oder so. Keine Ahnung. Nur vom Aussehen her. Ich weiß nicht. Irgendwie so eine Laterne am Rücken oder... Keine Ahnung. Vor allem, weil das einfach nichts miteinander zu tun hat. Aber hey. Was? Ich hab was getroffen! The fuck? Oh ja! Natürlich! Deine brennt! Ja. Du denkst du mich so... Ungern! Ungern! Epische Musik! Ist episch! Die ich gar nicht höre! Nein! Ist viel zu leise! Ich höre sie noch... Weil mich sie lausert als andere! Potato! Ist aber Wanderlust versus! Potato! Spiele Wanderlust versus! Ist es das? Oder nicht? Das hier ist Wanderlust versus, weil ich gerade spiele, ja. Oh! Ich höre das gar nicht. Ist auch die Rock-Orge genommen! Okay, dann spiele ich Hafe. Ja! Oh Mann ey! Die ganze Zeit nur noch spielen! Ich kann doch nichts spielen! Ja! Aber doch! Ich kann Trommel spielen! Schlagzeug! Nice! Boah stimmt! Ich habe ja so ein Paint Tool bekommen! Ich auch! Wie kann ich das jetzt lesen? Was spielst du da gerade? Äh... Ich spiele gerade Wanderlust versus auf der Harfe! Ah! Ich verpässe dich gar nicht, was wir eh verschlägt! Ne, Moment! Kann ich irgendwie die Version spielen vielleicht? Ah! Die Trompete! Oh! Man kann das Holz anmalen! Oh! Cool! Mal ist alles rot! Aha! Oh! Und den Hintergrund auch noch! Na, da fehlen Stücke! Das ist nur bei Musik! Naja, okay! Äh... Gut! Nylon-Gitarre hast du bei Wanderlust Rowan? Äh, bei was? Wanderlust Rowan! 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 Äh... Ne! Oder das Rowan? Ja, bei Rowan ist ganz viel! Nylon-Gitarre! Ich such grad... Kervier gibt's die da nicht, dann nehm ich wieder was anderes! Ist ja kein Piano, was du da hast! Kein richtiges! Jaja, aber es ist so ein... Der Mundharmoniker! Der Mundharmoniker! Ich hör deine... ...dings gar nicht! Ich spiel grad nicht, jetzt geh nicht! Der war gar nichts! Das ist bei dir klick schon episch! Du hast diesen letzten Ton, der war irgendwie viel am Platz! Jetzt hör ich wieder nichts mehr! Ich mach grad die Flöte! Flöte! Äh... Ah! Ich hör dich, wenn ich Songbook aufhab! Aus welchem Sinn noch immer! Ah! Ich hab mein Songbook auch aufgenommen, ich hör dich jetzt wieder nicht mehr! Ja, weil ich grad nicht mehr gespielt hab! Voll cool, das Pentool! Naja, ich nehm hier die Harfe wieder! Ach, keine Ahnung, lass uns erst mal sein! Ja! Wär ich für! Wir hören doch eher auf eigentlich, oder? Jo! Ciao! Ciao!